Moin und hallo zu der Sonntag mit ChrisLP zu den Sonntagsnews am heutigen 15.3. So, wir fangen mal mit den Kanalnews an. Es wird ein Minecraft-Unreal-Projekt mit dem Xenox und ein paar anderen YouTubern geben. Das beginnt ab nächster Woche vermutlich. Schätze ich mal, sage ich mal, die erste Folge wird Dienstag kommen und dann umso weiter. In dem Minecraft-Projekt geht es eigentlich um ein kleines YouTuber-Projekt für kleine YouTuber, einfach mit denen zusammenzuarbeiten in Minecraft. Und ja, ein Minecraft-Lebens-Server ist es glaube ich sogar. Und ja, da werden jetzt dreimal in der Woche Folgen kommen davon und ihr werdet es ja dann sehen. Ein neues LS-15-Mega-Projekt habe ich begonnen oder werde ich starten. Am Montag wird die erste Folge kommen. LS-15-Mega-Projekt auf der Auenbach-Map habe ich jetzt mich entschieden für die Map, weil ich die eigentlich ganz schön fand und man kann bis mittlere große Maschinen da drauf fahren. Wir werden Single, vielleicht mal zu zweit, zu dritt da drauf arbeiten, wenn es irgendwie klappt mit dem Internet. Talk-Gäste werden dabei sein. Neue Themen werden dabei sein. Falls ihr Themen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, es werden fast tägliche Folgen jetzt kommen von den Projekten, weil Minecraft dreimal in der Woche. Also Montag und Freitag kommt LS-15. Dienstag, Donnerstag, Samstag kommt Minecraft. Sonntag kommt alle zwei Wochen die Kanal-News. Und dann kann ich noch Mittwochs oder Sonntags könnte ich noch CS-GO, TheGrew oder andere Projekte bringen, die ich noch nicht weiß. Aber jetzt Watchbox zum Beispiel könnte ich noch bringen. Das war das noch. Aber wir werden das ja noch sehen, weil das jetzt noch ein bisschen bis zum 1. April ein bisschen unwage ist und dann wird es wieder im festen Ablauf laufen und dann, ja. Sehen wir weiter. Kommen wir mal zu der Datenbank. Es gibt einen leichten Rückgang von den LS-15-Aufrufen. Wir liegen im Schnitt von 20 bis 30 Aufrufen. Das ist ganz normal, finde ich, und ganz gut. Bei den CS-GO-Aufrufen habe ich diese Woche oder die letzten zwei Wochen begonnen mit CS-GO. Die Aufrufe sind stabil. Sie liegen bei 10 bis 15. Auch ganz normal für Anfang des Projektes. Und ja. Wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Vielleicht mal hier da stattdessen Watchdogs oder so Crew oder etc. etc. Dann komme ich zu den Abos. Es gibt eine Steigerung von 7 Abonnenten. Wir liegen jetzt im Schnitt bei 72 Abonnenten. Darüber freue ich mich riesig, denn ich finde es super genial. Und ich danke herzlich an euer... Ich danke euch für euer Vertrauen. Und ja. Ich hoffe noch, dass wir bis zum 24.04., das ist ja ein Jahr-Jubiläum von meinem Kanal, hoffe ich, dass wir da mal annähernd in Richtung 100 Abonnenten kämen. Das wäre super genial. Das muss ich wirklich sagen. So. Dann kommen wir zu der Community-Sektion. Und da kamen keine Community-Fragen. Da ist nichts los. Und dann sage ich... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Chris LP. Wenn ihr Fragen an mich habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, kommentiert es oder abonniert es. Und wir sehen uns in den nächsten Parts wieder. Tschüss.